Hallöchen und willkommen zu dieser neuen Runde Fortnite. Wir haben Sniper-Duell 3.0 gespielt. Es war eine mega geile Runde, es hat mega viel Spaß gemacht, zusammen mit Gimbal. Wenn ihr Bock auf mehr Fortnite habt, lasst ein Läumchen nach oben da und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich sneke mir gerade ein paar Pilze. Ich habe Verbände mit denen, meinst du mir keine Waffe reißen? Hast du eine Waffe inzwischen? Nein. Ich sneke mir bei einer Pilze. Machen wir jetzt, geht durch. Keine Ahnung, Olli. Ja. Ich bin noch gar nicht richtig angekommen. Kommst auf dein Leben nicht klar, ja? Ja, ich schwitze. Ich sitze hier nur in Boxershorts. Warum ist die in der Hütte, wenn hier keine Truhe ist? Wir haben halt immer noch keine Waffe haben, ne? D.1. Hier ist eine Kiste. Hier ist noch nicht gelootetes Haus. Jawohl. Jawohl! Ich habe ein Jagdgewehr. Ich habe noch ein Jagdgewehr. Ich habe noch eine Kiste. Ah, Mann, Alupus. Ich habe ein Jumppad. Hier oben liegt ein Ding. Alter, noch ein Jagdgewehr. Hier oben liegt ein Trank für dich. Da vorne auf der Straße und... Das ist noch ein Gegner. Das ist noch ein Gegner. Habt ihr da hinten erwischt? Alles unser, Skippel. Alles unser! Wenn euch das Video gefällt, dann gebt den Daumen hoch. Jagdgewehr haben wir liegen. Hab ihn sehr gut gedetet. Er ist super low. Ich kann ihn durch die Wand sehen. Easy! Habe ich getetet? There is low. Nice! Ich würde mal sagen, Maschine. Ein Dead of Early. Huh! Und links, Skippel. Hier unten am Truck. Er pusht uns. Skippel. Wo denn? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Da hat zu viel gefressen. Da hat richtig viel gefressen. Skippel direkt vor uns. Auch noch Party. Ich weiß. Was ist mit dem Typ da unten? Der lebt noch. Okay. Early, wo bist du? Ich bin direkt neben dir, Aller. Der ist hier hochgepust. Ich bin runter. Komm runter, Early. Early, komm runter. Hab ihn! Nice. Ach, das bist du, Alter. Ich hab mich grad so erschrocken, ne? Hier ist doch einer, Early, ne? Ich hab mich kurz, ich hab mich kurz heilen. Und wir wieder ready. Early, ich will auch noch gut machen. Early, Vorsicht. Vorsicht, ja, Falle, 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 Vorsicht. Falle, Falle. Wir müssen weiter, ne? Ja, wir haben doch Jumped. Warte, ich mach die Falle eben kaputt. Yo, ich geh schon vor, weil das macht richtig viel Damage, ne? Aller, ich hab unter die Munition für die Sniper, die ich grad hab, ne? Geh, Pearl. Ich bin low, Aller. Warte. Die sind hier close. Einen hab ich. Aber ich bin low, ich bin low. Aber ich bin low, ich bin low. Aber er ist tot, komm. Wollen wir da runter oder scheiß drauf? Ne, lass dich hoch. Weil der da drunter, wo ich geschossen hab, der ist weiter weg, noch ein bisschen. Unten, unten, unten. HIT! 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 Oh, ich bin low. Oh mein Gott. HIT! Hab ihn, der ist super low. Warte, ich baller jetzt nochmal. Und weiter. Easy. Hast ihn. Nice. Okay, let's go. Wohin? Ja, nach links, ne? Zone. Meinst du, in dem Turm links von uns ist einer? Ne, ne? Weißt du, ne? Ich guck mal rein. Hallo! Ne, ist keiner mehr. Nur noch drei Leute leben. Das war hier hinten außerhalb. Oh, den trage ich euch. Na gut, den hättest du genauso gebrauchen können. Wo ist denn der Typ? Oh, ganz oben auf dem Berg. KABIN! Gibt nur noch zwei Leute. Schießt das Ding nochmal kaputt? Warte. Schießt das Ding nochmal kaputt? Oh, der ist tot. Ganz oben auf dem Berg. Ganz oben auf dem Berg. Ich hab nichts mehr zum Bauen. Das ist das Problem. Ah, wir sind in Zone. Ich hab ihm super hart geht das Ding ganz oben. Das ist tot, der letzte Sober auf dem Berg. Ich hab getroppt. Du müsst eh runter. Ich tanze mal für den. Geht der gar nicht. Oh. Oh mein Gott. Der muss eh runter. Der kann sich einfach bauen. Aber hier unten fängt der Tormann Gimpel. Jetzt hast du das jetzt gekriegt. Alter, was ist denn los, du Tier, Alter? Sieben Kills. Amaliki mit Spooky. Sicky. Sicktiligit. Nice. Wunderschöne Runde. Wirklich wunderwunderschöne. Wunderschöne Runde.